Was geht ab ihr geilen Glubgees, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Road to Destiny Rise of Iron. Wir sind hier wieder unterwegs und versuchen Relikte zu bergen. Mal gucken wie es heute läuft. Es ist auch nicht mehr lange, dann endet diese wunderschöne Reihe die bei euch so gut ankommt, denn nur noch ein paar mal schlafen. Oh, er wollte mich gerade wieder beleben, Entschuldigung. Es ist echt nur noch ein paar mal schlafen, bis wir dann das DLC zocken können. Und dazu wird es natürlich auch Videos geben, da könnt ihr euch sicher sein. Und würde mich freuen, wenn ihr da dann auch einschaltet, die dieses Projekt hier so gut supporten, dass sie das dann auch weiterhin supporten, wenn es dann ans DLC geht, dass das dann auch so gut bei euch ankommt. Wer weiß, vielleicht kommt das ja sogar noch besser an. Das wäre natürlich der Oberhammer. Dann würde ich, glaube ich, komplett durchdrehen. Ach, scheiße. Wenn das so gut ankommt, wie damals die Videos, die ich gemacht hatte, zu dem DLC König der Besessenen. Ey, das wäre übelst nice. Da hatte ja jedes Video so 100 Aufrufe gehabt. Also, wenn wir das hier auch hinkriegen, dann nicht schlecht. Dann freue ich mir ja echt, keine Ahnung, die Birne vom Baum. Aber das werden wir sehen, wie das dann läuft, wie das bei euch ankommt. Aber ich bin da, ehrlich gesagt, ziemlich zuversichtlich. Denn wenn das Wo2 schon so gut ankommt, dann denke ich auch, dass das DLC dann das, worauf das denn hier hinausläuft, auch so gut ankommt. Nein, ich wollte gerade... Ich hatte... Nein, ich war schon über ihn. Hatte ihn schon im Visier. Wollte gerade abdrücken. Aber dann... Nope. Einfach nope. Da wollten sie nicht, wie ich wollte. Oh, 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 oh. Scheiße. Die Granate war nicht so gut geworfen. Bravo hat die Kraft des Wolfs erlangt. What? What? What, what? In the butt? Was war das nochmal? Die Kraft des Wolfs. Boah, ich habe schon wieder länger kein Destiny gespielt. Ähm, was war das nochmal? Ach, komm. Ja, jetzt sind sie da natürlich alle drei. Ey, ich will die uns wegrasieren. 4300 zu nicht mal 1000, ey. Holy shit. Ähm, dann müssen wir jetzt mal ran. Hier. Leute, Unterstützung, Hilfe. Jawohl. Nice. Gut, das ist jetzt unsere Sonde hier. Ich hoffe, dass wir die auch halten können. Nein, der ist fast tot. Holt ihn. Holt ihn. Jawohl, hat er ihn weggeschotzt. Ähm, Wiederbelebung, Wiederbelebung. Jawohl. Sehr schön. Teamarbeit. Mit Teamarbeit kommen wir hier durch, denke ich. Jawohl. Nein, das kann nicht sein. Aber immerhin ein Assist. Und da sind wir auch schon besser dran. Gerade mit den Punkten. 2700. Jawohl, jetzt habe ich auch mal einen Kill. Da ist das Relikt. Habe ich gerade nicht gefunden, als ich so durch die Gegend geguckt habe. Das kann nicht sein. Der ist fast tot. Hol ihn dir. Gib ihm. Jawohl. Assist. Ähm. Also, ich wollte eigentlich nicht, dass mein Spitzname Fist of Assist sich auf andere Spiele überträgt, außerhalb von Paragon. Aber, äh, ich glaube, mittlerweile ist es soweit. Jawohl. Nein. Nein. Nein, lass dich doch nicht töten. Dann teilen wir die Sonde wieder. Nein. Aber ich habe einen Kill gemacht und konnte die Sonde einsetzen, aber die werden wir verlieren. Oh, nee. Die Sonde wurde gestoppt. Such die nächsten Relikte. Aber immerhin hat einer von uns schon mal schwere Munition aufgenommen. Das ist ganz gut. So. Jawohl. Es gibt ein neues Relikt. Na los. Okay. Ich dachte, der kommt hier an, aber dann nicht. Dann hole ich ihn mal wieder hier. Ähm, da ist das Relikt. Nope, Sir. Oh, oh. Nein. Okay, nice. Lol, wie meine Waffe gerade schwebte. Lol. Boah, ich krieg aber auch. Und ich bin erster aus meinem Team. Und ich meine, die ganze Zeit nur Assists. Na, scheiße. Nein. Ich hätte vorher spawnen sollen. Ich hätte nicht abwarten sollen. Nein, scheiße. Double Kill. Jawohl, Double Kill. Hi. Wo ist er? Holy shit, Alter. Das war ein bisschen knappi. So. Nachgeladen und weiter geht's. Also schon wieder ein knappes Mitchie. Was war das für ein Geräusch? Oh, oh. Oh, lol. Der hat mich nicht gesehen gehabt. Okay, der hat keine Rüstung mehr. Hm, wo ist mein Teamkamerad? Nicht verfügbar gerade. Er ist beschäftigt. Da müssen wir jetzt schnell hin und die Sonde holen. Tschüss. Nein, wie kann ich denn so behindert schießen? Die Relikte sind der Schlüssel. Warum habe ich so krank geschielt, Alter? Boah, verloren. Das ist so knapp. Äh. Schade. Schade, 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 schade. Ja, aber irgendwie... Das war auch nicht meine Top-Runde. Ich war nicht schlecht, aber... Das war jetzt auch nicht... Loll, ich hatte 14 Kills. Wann habe ich die denn gemacht? Ich würde gerne mal meine Assists sehen. Kann man das hier sehen? Ne, leider nicht. Könnte ja mal mitzählen im Video und mir dann Bescheid geben. Ähm, ich verabschiede mich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann... Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Und ich denke mit Destiny, dem Road2, das wird hier erstmal das letzte Video sein, denn, ähm... Es ist ja schon fast da und wir haben noch andere Projekte momentan anlaufen. Also, da könnt ihr ja auch gerne vorbeigucken. Minecraft Village Wars haben wir. Paragon spielen wir gerne mal. Oder Skaff... Ähm, nee, hier. Road2 Skaffmaster in Black Ops 3. Ähm, da... ...was im Angebot. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Destiny wieder. Am 20.09. Wenn es mit dem DLC losgeht. Tschüss.